Die große Motivation ist wirklich, wenn man auf der Straße ein Fahrzeug sieht und man weiß, okay, da steckt ein Stück von mir drin. Ich heiße Bruno Favorito. Ich arbeite bei Continental Business Unit Advanced Driver Assistance Systems als Requirements Manager. Die Business Unit entwickelt Produkte und Systeme, die assistiertes und automatisiertes Fahren ermöglichen, zum Beispiel Radaren, Kameraden, Laserscanners und Steuergeräte, das alles ermöglichen. Was mir bei Continental gefällt, ist die Vielfältigkeit. Es gibt Geschäftsbereiche für fast alle Produkte, die in ein Auto reinkommen und man kann sich dann Bereiche aussuchen, dass einer besser passt. Man kann natürlich mit automatisiertes Fahren arbeiten, man kann auch mit Interior-Systemen, also Anzeigetafeln, Radios oder auch mit Antriebsstrangensystemen. Alles das gibt es bei Continental und wenn man in einen Bereich einsteigt und nach ein paar Jahren eine Veränderung sucht, kann man natürlich innerhalb von Continental bleiben und trotzdem dann weitere Entwicklungen und andere Bereiche suchen. Und das jetzt mit automatisierten Systemen, das wird immer mehr, weil diese Produkte werden nicht nur einmal entwickelt, sondern werden ständig aktualisiert im Auto schon. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit auch neue Funktionen einzuprogrammieren oder einzubauen, wenn das Auto schon auf die Straße fährt. Das heißt, der Entwickler begleitet das Auto über sein gesamtes Leben.